Tulasana ist ebenso wie Tolasana und Dolasana eine Bezeichnung für die Waage. Und zwar wie eine Waagschale, die an einem Seil hängt und pendeln kann. Deshalb wird die Übung manchmal auch als hängendes Pendel bezeichnet. Tula heißt Waage und Tola heißt Wiegen und Dola heißt Schaukel. Ich werde manchmal gefragt, heißt es Tulasana, Tolasana oder Dolasana? Die Antwort ist, alle drei sind richtig. Raffaella zeigt, wie es geht. Wenn du kannst, komm in den Lotus und dann gib Fäuste auf die Hände und hebe das Becken hoch. Und du kannst jetzt bei Raffaella gut sehen, wie das tatsächlich eine Schaukel ist oder auch eine Waagschale, die an einem Seil hängt. Natürlich, idealerweise, Raffaella zeigt jetzt, wie es schaukelt. Als Asana hältst du die Stellung ruhig und Tulasana zieht die Wirbelsäule auseinander, während sie gleichzeitig die Bauchmuskeln stärkt. Sie ist deshalb gut für die Bandscheiben, die etwas Raum bekommen. Jetzt kurz mehr an zu nutzen. Und dann... Alles Gute gonna sever.